Nummer 5 Der Trust GXT705 Rion ist ein Gaming-Stuhl, der ein außergewöhnliches Maß an Komfort bietet, perfekt für lange Gaming-Sessions. Sein ergonomisches Design wurde entwickelt, um eine korrekte Körperhaltung während der Nutzung zu gewährleisten und so Schmerzen oder Muskelverspannungen zu vermeiden. Ein Aspekt, der diesen Stuhl wirklich vielseitig macht, ist seine Höhenverstellung. Dank des Gasfedermechanismus der Klasse 4 lässt sich die Höhe des Stuhls mühelos von 160 bis 190 cm verstellen, um den unterschiedlichen Bedürfnissen jedes Spielers gerecht zu werden. Das Gestell des Trust GXT705 Rion ist aus massivem und haltbarem Holz gefertigt, was eine dauerhafte Stabilität garantiert. Am Ende der Videobeschreibung finden Sie den Link zum Produkt. Nummer 4 Der Robaslund DX Racer Ein Gaming-Stuhl ist die ideale Wahl für alle, die einen bequemen und qualitativ hochwertigen Stuhl zu einem erschwinglichen Preis suchen. Mit seinem ergonomischen und sportlichen Design hebt sich dieser Stuhl durch die sichtbaren Nähte an der Rückenlehne ab, die ihm einen Hauch von Stil und Persönlichkeit verleihen. Der Stuhl ist aus hochwertigem Polyestergewebe gefertigt, das langlebig und leicht zu reinigen ist. Er ist bis zu 100 kg belastbar und eignet sich somit für eine Vielzahl von Nutzern. Ob Sie nun ein Gelegenheitsspieler oder ein Student sind, der mehrere Stunden vor dem Computer verbringt, dieser Stuhl bietet Ihnen den Komfort und die Unterstützung, die Sie brauchen. Der Preis für diesen Artikel kann über den Link in der Beschreibung gefunden werden. Nummer 3 Der Arozi Verona Pro V2 ist definitiv der ideale Stuhl für Gamer, die eine komfortable und langlebige Lösung für lange Gaming-Sessions suchen. Mit einer Vielzahl von hochwertigen ergonomischen Funktionen bietet dieser Stuhl alles, was Sie für ein komfortables Spielerlebnis benötigen. Eines seiner Hauptmerkmale ist die extra gepolsterte Sitzfläche, die denjenigen, die lange Zeit sitzen, zusätzlichen Halt bietet. Mit den verstellbaren Armlehnen können Sie den Stuhl an Ihre Bedürfnisse anpassen und Ihre Unterarme und Ellbogen optimal stützen. Wenn Sie an diesem Artikel interessiert sind, finden Sie den Link in der Beschreibung. Nummer 2 Der Sharkoon Skiller SGS4 ist ein Gaming-Stuhl, der perfekt für Fans von Fahrsimulatoren ist. Dieser Stuhl mit seinem schlanken, schnörkellosen Design bietet großzügige Abmessungen, die ihn auch für größere Personen oder solche mit einer kräftigen Statur geeignet machen, da er ein maximales Gewicht von 150 kg tragen kann. Eine der Besonderheiten dieses Stuhls ist die Sitzfläche und die Rückenlehne aus Memory-Schaum, die deutlich breiter als der Durchschnitt sind. Dadurch haben die Spieler eine größere Bewegungsfreiheit und können sich in der von ihnen bevorzugten Position niederlassen. Darüber hinaus ist der Stuhl mit einem Lendenkissen und einer Nackenstütze ausgestattet, die die Ergonomie bei langen Spielsessions verbessern. Kaufen Sie dieses Produkt über den Link in der Beschreibung. Nummer 1 Der Razer Iskur ist die perfekte Lösung für alle, die viele Stunden vor dem Computer verbringen und spielen. Dieser professionelle Gaming-Stuhl wurde mit den Bedürfnissen der Gamer im Hinterkopf entwickelt und bietet unübertroffenen Komfort und ein ergonomisches Design mit einer breiten Palette von Einstellungen. Selbst für diejenigen, die nicht sehr erfahren in der Montage sind, ist der Stuhl dank der detaillierten Anleitung, die in der Verpackung enthalten ist, leicht zu montieren. Wenn Sie den Preis für dieses Produkt wissen möchten, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung. Vielen Dank.